Kann es sein, dass wir jetzt hier einen Rätselumgang haben? Das wäre... ziemlich... Nein. Wir haben keinen Rätselumgang. Ach ja! Nein! Das ist einfach. Sieht... Also man sieht, dass sie nicht richtig auf den Bänken sitzen und so weiter. Es ist jetzt aber auch nichts, was das Spiel schlecht macht. Aha! Okay. So, der Kleine ist vorne, der Große ist hinten. Gut. Du darfst schon mal abspringen. Und du springst jetzt auch ab. Gut. Komm hoch mit dir. So. Okay. Das bedeutet, ich muss mit dem rechten kurbeln. Wenn ich mich mit dem linken auf was anderes konzentriere. Klar, natürlich. Jetzt läufst du hier hin. Boah. Das ist krass. Das ist krass. Natürlich. Du musst dich da dranhängen. Und dann rüber da. Mit ihm. So. Und du... Nimmst jetzt den nächsten. Oh! Ja. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeitdruck, ne? Du kannst wieder loslassen. Du kommst hier drauf. Ja. Du... ziehst den ab da. Du springst da drauf. Okay. Wir gehen einmal komplett rum. So. Und laufen schön weiter. Ach, die springen automatisch. Gut. Gut. Ich hab bis jetzt jedes Mal die Aktionstaste gedrückt. Das ist sehr, sehr gut zu wissen, dass die Batschen automatisch springen. Hopp. Gut. 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 Das sieht saumäßig geil aus. Auch wenn das so... Eigentlich muss man sich jedes Mal... auf die Bank setzen, nur um die geile Aussicht zu genießen. Ja. So. aufstehen. So. So. Natürlich passiert mir sowas Warum denn auch nicht? Ja ich komme Oh, shit. Alles gut. Oh, ist der mit der Troll? Oh, mal los. Oder der Trollin. Okay, also wir kommen sehr wahrscheinlich... Hallo, du schaffst das doch nicht. Lass ihn mal da ran. Achso. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal... Ja. Du solltest nicht über die Knöchel gehen. Genau. Du solltest nicht über die Knöchel gehen. Was ich gesagt habe. Dann kannst du ihm hier den Schlüssel stützen. Ja. Schön. Zack. So. Ich wette, entweder haben wir damit einen Fehler gemacht... ...oder wir haben damit keinen Fehler gemacht. Aber eigentlich müssten wir keinen Fehler gemacht haben. Hey! Mike! ganz ruhig dass er wieder zurückläuft was ist jetzt los können wir jetzt wieder zurück was müssen wir tun müssen da irgendwie hoch aber entweder wir müssen jetzt auf ihn warten bis er wieder zurückläuft oder ich habe keine ahnung was wir machen müssen aber wir warten jetzt erstmal darauf was passiert ich hätte nämlich keine so große möglichkeit was wir jetzt machen könnten doch natürlich nicht 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 So macht man das. Boah. Ich liebe das Spiel. Ach, wir müssen... ...die Trollen weiter begleiten. Und zwar... Ich fürchte, wir müssen erstmal irgendwas... Ach, natürlich. Sie kann ja selber nicht gehen, deshalb... ...und sie jetzt so raus. Und wir müssen das Ganze jetzt so benutzen, um selber da drüber zu gehen. Was... ...irgendwie keinen... ...naja... ...wenig Sinn macht. Ähm, ja... ...wenn man... ...die beiden Figuren... ...anständig im Blick hat. Oh... ...deshalb bist du so traurig gewesen. Oh... ...nicht gut. ... 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